In Berlin wurde heute die Gründung eines deutsch-französischen Fernsehkulturkanals besiedelt. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer und der französische Kulturminister Lange unterzeichneten den Vertrag, dem sich auch andere europäische Länder anschließen sollen. Der Fernsehkulturkanal ist ein Gemeinschaftsunternehmen der französischen Rundfunkanstalt Lasset und von ARD und ZDF. Ziel ist ein gemeinsames Fernsehprogramm, in dem das kulturelle Erbe Europas und das künstlerische Leben zum Ausdruck kommen. Vom nächsten Jahr an sollen über Satellit synchronisierte Beiträge in vier Sprachen ausgestrahlt werden. Untertitel sind in neun Sprachen möglich.